Jetzt betreten wir eine neue Dimension der Pfannenwelt. Liebe Zuseher, wir präsentieren Ihnen voller Stolz die Pfanne des dritten Jahrtausends. Duomagic Premium. Sie waren mit Duomagic höchst zufrieden? Dann wird Sie Duomagic Premium umhauen. Duomagic Premium ist ab jetzt auch außen mit der genialen Thermokeramik beschichtet. Das bedeutet, jetzt bleibt nicht nur innen, sondern auch außen absolut nichts mehr haften und kleben. Und die Reinigung wird noch einfacher. Sehen Sie sich das an. Ein gebranntes Rührei an der Außenseite. Blasen Sie einfach locker weg. Duomagic Premium besitzt ab jetzt einen ergonomisch perfekt designten, hitzebeständigen, abnehmbaren Komfortgriff. Ein Klick und er ist drauf. Ein Klick und er ist blitzschnell herunten. Schaffen Sie mehr Platz am Herd und in Ihrem Brat- und Backrohr. Den Griff einfach runternehmen und wenn die Speise fertig ist, dann klicken Sie den Griff wieder rauf. Und nehmen die Pfanne ganz bequem raus. Und wenn Sie noch etwas von Ihrer köstlichen Speise übrig haben oder für die Familie vorkochen, lagern Sie Ihre Duomagic Premium platzsparend im Kühlschrank. Duomagic Premium hat ab jetzt am hochwertigen Thermoglasdeckel einen genialen Tropfschutz und einen ergonomisch perfekt gefundenen Stellgriff. Liegt ideal in der Hand, wird niemals heiß. Und das Beste, stellen Sie ihn bequem ab, wo immer Sie wollen. Er steht bombenfest. Nie mehr überlegen, wohin mit dem tropfenden, brennheißen Deckel. Einfach abstellen. Das Wasser fängt sich automatisch im Tropfschutz. Und alle unschlagbaren Vorteile der Duomagic sind natürlich auch in der Duomagic Premium Pfanne enthalten. Durch die bahnbrechende Thermokeramik gelingt jeder Ihrer Speisen immer auf den Punkt. Nie wieder Energie verschwenden, sondern bares Geld sparen. Denn Duomagic Premium zeigt Ihnen immer, wann die perfekte Temperatur erreicht ist. Nie wieder verbranntes, ungenießbares Essen. Sie kochen gesund, wenn Sie wollen, ohne Fett und ohne Öl. Nichts bleibt mehr kleben oder haften und die Reinigung von Käse, Zucker, eingebrannter Milch und vielem mehr geht wie durch Zauberhand. Die perfekte Verschmelzung aus Keramik, einem der stärksten Materialien der Erde und Aluminium, macht aus Duomagic Premium die stärkste und stabilste Pfanne, die den extremsten Belastungen standhält.